FEIER! KALLE ANEFAAA! Verdammt, das ist das Ende. Das war's. Bist du blind, Piccolo? Siehst du etwa nicht, was hier abgeht? Und sowas nennt sich Prinz der Saiyajans. Spinnst du? Lass mich los! Wenn wir ihn nicht erledigen, zerstört er das Universum. Geh was in deinen Schäbeln! Aber er ist der legendäre Super Saiyajin! Er ist einfach unbesiegbar! Warum? Warum kämpfen sie weiter? Jo und was geht? Euer Karazu ist back am Start mit einem Dragon Ball Video. Und zwar einer kleinen Zusammenfassung aus dem neuen Kapitel. Kapitel 38 ist nämlich gerade in Englisch übersetzt worden. Ich glaube gestern schon gab es, oder vorgestern, auf alle Fälle schon einige Tage her. Ja, und da haben wir sehr viele Inhalte. Und holy shit, meine lieben Freunde, was geht in diesen einen Kapitel bloß ab? Man muss natürlich berücksichtigen, der Manga möchte natürlich vorm Anime sein und natürlich auch anschließen. Und darum behandelt er natürlich sehr schnell diese Rauswürfe oder diese Kämpfe. Also er lässt sich nicht sehr viel Zeit. Es geht Stück für Stück immer zack, zack, zack. Im Anime war es ja etwas in die Länge gezogen, muss man ehrlich sagen. Da waren auch einige Folgen dabei, die nicht sehr sonderlich spektakulär waren. Eher so, naja, man hat es halt gesehen. Aber kommen wir erstmal zum Anfang dieses Kapitel. Und wir sehen natürlich, dass Kale in den Berserker Modus gegangen ist. In den legendären Saiyajin Modus, der auch diesmal in diesem Manga genannt wird. Und dadurch natürlich die Verknüpfung zu den kommenden Dragon Ball Movie Filmen zieht. Also seinen Parallelen zieht. Da muss er irgendwie erwähnt werden, damit das in dem Film halt darüber gesprochen wird. Oder das, oh ja, das ist jetzt der Legendäre aus unserem Universum zum Beispiel. So, Kale dreht auf alle Fälle sehr durch. Sie kann sich nicht beherrschen. Die Energie, das Key, explodiert in ihr. Und sie kann es einfach nicht mehr kontrollieren. Und hier ist natürlich sehr lustig, dass die erstmal alles, was in ihrem Weg kommt, erstmal alles wegdonnert, alles weghaut. Also sie macht keine Verluste. Sie stürmt sogar auf Topo und Vegeta zu. Haut sie weg. Und das Lustige ist, Topo fliegt fast raus. Der später im Anime zum Gott der Zerstörung wurde. Fliegt fast raus. Hätte Dispo ihm nicht geholfen. Und Vegeta kommt auch elegant. Es sieht so aus wie von Vegetto. Also er hat ja auch so ein Schwert. Und irgendwie sieht es so ähnlich aus. Hinfalls versucht Vegeta das Schwert an die Kante zu platzieren. Und dann sich irgendwie, ja, wie eine Art aufgezogenes Lineal. Oder wie vom Flitzebogen. Sich wieder zurückschleudern zu lassen. Sie hat Lust dir erzählen. Richtig Vegeta-like wieder, ja. Universum, was sich denn als nächstes verabschieden muss. Universum ist raus. Ihr wisst natürlich, Universum mit der kleinen Ratte. Die auch gegen Beerus eine Gräuel hegte. Sie waren sich ja nicht einig. So wie halt Tom und Jerry, ne. Katz und Maus. Also sie waren sich nicht einig. Haben sich irgendwie gehasst. Nimm jetzt das Universum 4 raus. Ja, damit ist die Ratte weg. Dann haben wir Universum 3, die auch alle Kämpfer verloren hat. Außer die Roboter und natürlich Dr. Paparoni. Und der Gott der Zerstörung fordert dann sofort. Fusioniert euch. Kämpft für das Universum 3. Und sie fusionieren sich. Das wird auch gar nicht so in Szene gesetzt wie im Anime. Ja, also nicht erst die Roboterverschmelzung. Und dann verwandeln sie sich erst zu Anirasa. Sondern sie gehen gleich in Anirasa. Aber das juckt Käl überhaupt nicht. Sie geht sofort laut ihm den Fuß in die Mahngrube. Und schmeißt ihn so im Dessen raus. Universum 3 ist dann das nächste Universum. Was in diesem Kapitel behandelt wird. Und rausfliegt. Somit ist Universum 4 und 3 draußen. Dann geht Käl auf Universum 2 los. Ja, nimmt sich dann Zabuto und Rabanra an. Ich glaube so hießen die beiden. Ja, nimmt sich die beiden an. Schmeißt ihn natürlich dann einfach raus. Und somit ist das nächste Universum. Was sich verabschiedet. Universum 2. Die Liebe. Dann kommt es zum Showdown. Richtig krass. Der letzte Kämpfer für Universum 10. Und zwar Sabuto. Oder Sabuto. Er kämpft gegen Käl. Und hat aber auch hier keine Chance. Auch die Liebe wird ihm nicht helfen. Er kriegt einfach mal einen Punch. Mitten ins Gesicht. Und fliegt raus. Und somit ist Universum mit Lord Gawasan. Also mit den Kai Shin. Gowasu. Einfach raus. Also da wo auch Zamasu herkommt. Also kam. Die sind auch raus. Also das Universum. Das dritte Universum. Was sich verabschieden tut. Ja, meine lieben Freunde. Das ist echt nicht. Also das ist echt krass. Wie schnell der Manga vorangeht. Also wir haben jetzt. Universum. Universum 4 ist raus. Universum 3. Universum 2. Und Universum 10. 3. Dementsprechend haben wir 4 Universum. Die ausgeschieden sind. In diesen einen Kapitel. Und als Kay natürlich keinen anderen sieht. Auf wem geht sie denn los? Auf ihre eigenen Teammitglieder. Und das liegt einfach daran. Weil der legendäre Modus. Einfach zu krass ist. Sie stürmt auf Magenta. Und sie hebt erstmal Magenta hoch. Was richtig krass ist. Wir wissen ja. Magenta ist von den Metallmenschen. Also von dem Volk der Metallmenschen. Da habe ich auch ein Video. Bei Fakten drin. Wer ist Magenta? Könnt ihr mal abchecken. Da erzähle ich ein bisschen was über den. Und ja. Er ist vom Volk der Metallmenschen. Und extrem schwer. Und richtig schwer. Ja. Also wir reden jetzt hier nicht von ein paar Kilo. Sondern das sind wahrscheinlich schon Tonnen. Und sie hebt einfach mit einer Hand ihm hoch. Als wäre da nichts. Wirften über diesen Rand. Richtig krass. Und aus Universum 6 bleiben denn noch. Ähm. Califla. Califla. Und die beiden Namikiana übrig. Und ja. Auf wem geht Kayle? Natürlich auf die Namikiana. Sie versucht diese dann auch rauszuschmeißen. Was ihr auch gelingt. Und Chamba kann es überhaupt gar nicht fassen. Was die da macht. Und Califla und Califla unterhalten sich kurz. Und da fällt endlich der erste Name. Und zwar kann es sein, dass Kayle der legendäre Super-Serge ist. Und Califla sagt. Der Demon Saiyajin. Der alle tausend Jahre wiederkommt. Und das ist eine coole Überleitung zu Brody. Weil in den Filmen. Also in die ersten Filme. Jetzt nicht der neue. Sondern in die älteren Filme. Wurde er auch als Dämon bezeichnet. Also er hat sich auch glaube ich selber als Dämon bezeichnet. Er ist überkrass stark. Und er ist der legendäre Super Saiyajin. Auch Vegeta hat dazu was gesagt. Aber er ist der legendäre Super Saiyajin. Er ist einfach unbesiegbar. So das Power Limit ist natürlich überkrass bei dem legendären. Und alle haben ein bisschen Angst. Aber Kaba und Califla versuchen Kayle unter Kontrolle zu bringen. Greifen ihr an. Was sie aber kontern kann. Und Kaba fliegt fast raus. Aber dann. Was mich sehr überrascht hat. Aber was natürlich auch ein bisschen klar ist wieder. Vegeta rettet Kaba aus der misslegenen Lage. Und holt ihn zurück. Und sie unterhalten sich auch nochmal. Und er sagt ja. Hier Vegeta kann es sein. Hier die Legende des Saiyajin. Also des legendären Saiyajin. Hast du da mal von schon gehört. Und Vegeta sagt nein. Bei uns war noch nichts. Oder kann es sein. Also sehr wichtige Unterhaltung. Ich bin gespannt wie es denn weiter geht mit der Unterhaltung. Oder ob wir dann dadurch natürlich die Paralläre zu den Filmen ziehen können. Und sehen können. Sehr lustige und interessante Sache hier in diesem Manga. Also erstmal. Wir haben vier Universum raus. Ja. Dann erfahren wir von dem legendären Super Saiyajin. Der alle tausend Jahre wiederkommt. Was natürlich widerspiegelt zu Yamoshi. Was Akira Toriyama jetzt eingeführt hat. Mit Yamoshi. Mit der Legende. Und ich habe schon wieder ein Video gesehen. Was mich schon wieder fassungslos gemacht hat. Weil da wird schon wieder einige Tatsachen zusammengebaut. Oder zusammen fusioniert. Ja. Da werden schon wieder Sachen fusioniert. Die überhaupt gar nicht so sind. Oder die werden schon wieder so gedeutet. Und als wahr dargestellt. Weil er auch wieder sagt. Akira hat gesagt. Akira hat niemals gesagt. Dass Yamoshi ein legendärer Super Saiyajin war. Oder der legendäre Super Saiyajin alle tausend Jahre. Das hat er nie gesagt. Er hat gesagt. Er hat sich als erstes in einen Super Saiyajin verwandelt. Und er wurde auch nicht so wie er sagt in seinem Video. Durch die Macht ausgelöscht. Sondern er hat sich verausgabt. Mann. Man muss doch einfach mal die Sätze richtig lesen. Was ist denn daran so schwer Junge. Was ist daran so schwer die Sätze zu lesen. Ja. Er sagt nichts mit auslöschen oder sonst. Er hat sich verausgabt. Und aus dieser Konstellation ist er gestorben. Ja. Gestorben. Oder wurde getötet. Oder sonst dergleichen. Weil er die Macht nicht mehr hatte. Oder die Power nicht mehr hatte. Weil sie halt verblasst ist. Weg war. Aber das kannst du doch nicht auf den legendären Super Saiyajin produzieren. Wo das Ki immer weiter expansionell nach oben steigt. Er immer stärker. Immer stärker wird. Das ist nicht mit Yamoshi verbunden. Ja. Das erstmal so am Rande. Und dann sagt Akira in diesem Interview auch noch. Dass Yamoshi sein Geist umher geschwört ist. Nach den sechs Saiyajin mit reinen Herzen. Um sich halt zu verbinden. Und dann den Super Saiyajin Gott entstehen zu lassen. Das ist die Verbindung. Und nicht irgendwie. Dass Yamoshi der legendäre Super Saiyajin alle tausend Jahre war. Das hat Akira Toyama nie gesagt. Und du sagst schon wieder in deinem Video, dass es so ist. Das ist aber nicht so. Und Leute glauben das schon wieder. Und das ist einfach nur krass. Ja. Kommen wir aber zurück zu dem Manga. Und Kay geht nämlich dann auf Universum 11 los. Gegen die Pride Troopers. Kämpft sie. Sie kann sich auch gut wehren. Das Problem ist halt bei den Pride Troopers. Die sind natürlich extrem eingespielt. Ne. Das ist ein Team. Was schon öfter gekämpft hat. Auf ihrem Planeten. Gegen Monster. Gegen Feinde. Gegen Gegner. Oder sonst dergleichen. Die Kombinationsgabe des Universum 11. Der Pride Troopers ist einfach gigantisch. Und darum hat Kay hier auch wenig Chancen. Sie wird halt immer aggressiver. Und immer zorniger. Weil sie halt dagegen nichts machen kann. Und Universum 11. Man könnte sagen. Sie kommen gegen ihr an. Sie können sie im Griff halten. Und sie ordentlich scharen. Und dann haben wir heute noch eine lustige Unterhaltung. Und zwar Kaba und Vegeta unterhalten sich nochmal. Und Kaba sagt so in etwa, dass er Vegeta um Hilfe bittet, um da mitzukämpfen, um ihn zu unterstützen. Aber Vegeta hat darauf kein Glück und keine Lust. Und sagt er ja. Good luck Kid. Und Kaba sagt dann noch. Warte doch mal. Wir müssen doch Kayle retten. Oder wir müssen sie doch retten. Und er sagt nein. Universum. Jeder kämpft für sein eigenes Universum. Ja. Jeder hat das Schicksal selbst. Für das Universum zu kämpfen. Um es zu beschützen. Und darum mischt sich Vegeta dahin nicht ein. Ja. An sich sehr gut. Von ihm eine clevere Lösung. Es wäre natürlich krass, wenn er jetzt mit Universum 6 zusammen kämpfen würde, um Kayle zu beschützen. Um sie nicht vom Rauswurf zu ignorieren. Wäre einfach krass. Und dann kommt es zur Konfrontation. Kevlar schießt einen Strahl auf Goku und Jiren, um sie rauszuwirfen. Aber dann. Endlich. Der Moment ist gekommen. Gohan wird in Szene gebracht. Und Gohan sagt dann auch, kämpfe gegen mir. Und Kevlar fragt, wer bist du denn überhaupt? Und er sagt, ja ich bin ein Saiyajin, so wie du. Aber ich bin aufgewachsen auf der Erde. Das hat ja Son Goku damals bei Freeza auch gesagt. Als Freeza gefragt, wer bist du denn überhaupt? Und da hat Son Goku auch gesagt, ich bin ein Saiyajin. Aber aufgewachsen auf der Erde. Sehr coole Parallele zu Son Goku. Und endlich ist Son Gohan da. Und ich hoffe. Ich hoffe wirklich, dass er hier einen großen Moment bekommt. Jetzt fragen sich natürlich viele. Habe ich auch schon in einigen Foren gelesen. Wie sollte denn überhaupt Gohan eine Chance gegen Kevlar haben? Kevlar ist jetzt fusioniert. Auch in den Super Saiyajin Modus noch gegangen. Und Gohan ist jetzt da in seinen Ultimate Gohan. Ja. In seine Power Up Form. Man muss aber echt bedenken bei Gohan ist, er ist nicht nur sehr stark. Er gilt ja nicht bei Z am Ende als der stärkste nicht fusionierte Kämpfer. Also der Z-Gruppe. Weil er extrem stark ist. Dann ist er sogar stärker als der Super Saiyajin 3. Okay. Was jetzt nicht mehr viel heißt. Ja. Durch den Blue. Der Blue war ja schon. Oder der Super Saiyajin God war ja schon stärker als der Dreifache. Aber Son Gohan ist wirklich extrem stark. Und er hat ja nicht nur die Stärke. Sondern auch das strategische Denken. Er ist ja sehr clever. Er denkt immer an Voraus. Das haben wir im Anime auch gesehen. Als Piccolo und Gohan gegen die Namekianer gekämpft haben. Sie haben sehr gut agiert. Und die Strategie ist einfach aufgegangen. Weil Son Gohan immer ein paar Züge vorher nachdenkt. Was könnte passieren? Wie können wir uns dann verhalten? Na klar passt es nicht immer. Also es kann schon vor und vorhergehende Sehendes passieren. Was halt auch Gohan nicht weiß. Aber ich kann mir diesen Kampf sehr gut vorstellen. Und auch vom Kräftelimit auf ein gleiches Niveau. Kann ich mir gut vorstellen. Dass das richtig geil im nächsten Kapitel in Szene gesetzt wird. Freue ich mich mega drüber. Und wie gesagt. Wenn euch alles gefallen hat. Hinterlasst ein Like. Abo teilt die Video. Und schreibt was in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Was ihr über dieses Kapitel denkt. Und über die schnellen Herausforderungen. Das war es aber erstmal von mir. Ich bin damit erstmal raus. Und tschau. Ich bin damit keine Kinder. Ich bin styl Indianer. Ich bin damit. Ich bin damit im Fer один. Ich bin damit. Das war es eins My halbier. Ich bin mit dem Weg. Ich bin damit. Wenn mir in die Kamera wird. Die Kamera wirdemparen.